Watch out for the trees! Watch out! We got some trees over here! Was ist denn hier los? Okay, ja, da ist ein Baum. Da ist auch noch ein Baum. Wie furchtbar. Noch ein Baum, noch ein Baum. Simon schnarcht. Oder atmet. Er ist sehr intensiv am Atmen. Okay, ich passe auf die Bäume auf. Sag bloß, wir haben jetzt auch noch verrückte Mörder-Killer-Bäume, die auf uns los... Ich kriege ein Rappel. Bist du ein Baum? Was passiert denn hier? Hallo? Baum? Und nimm das als Warnung, ja? Wehe, du fällst mal auf den Kopf. Dann fällt der Himmel, den du hältst, gleich mit hinterher. Wo ist das denn? Oh, klar. Nee, der ist ein großer Baum. Jetzt habe ich ja doch ein bisschen Angst vor den Bäumen, aber ich muss da ja durch. Fällt mir dann ein Baumhaus auf den Kopf, oder wie? Baum? Okay. Hallo, junge Frau. Warum so ein langes Gesicht? Geht's dir gut? Wiederbelebung? Herzmassage? Alles cool? Ja, ruf, wenn du Hilfe brauchst. Halt's, mein Herz. Entschuldigung. Kurze Atempause. Simon ist auch schon am Hächeln. Da. Okay, das war nicht der letzte Schreie, den ihr heute von mir hören werdet. Äh, ich renne jetzt einfach durch. Wow! Voll gut. Voll gut. Oh fuck, fick dich, Alter. Ficke dich. Du bist ja gemein. Schäm dich, pfui pfui. Geh mir aus dem Weg. Dscher. Geh mir aus dem Weg.